wooooooooooo Hallo und herzlich willkommen zu Troublin Terrorist Town mit den Gamestar Jungs Mit dabei ist an den Nephias aufgrund Qrp Vita Wolf und alle anderen und einer ist tot schon wir finden das ja schnell Rans zu random killer Es ist mir ausgerutscht. Es ist mir ausgerutscht. Rita ist jetzt richtig angepisst, ey. Boah, wäre ich angepisst. Alter Schwede, ey. Ich hoffe, deine Zuschauer schreibt mir das jetzt auch mal unter dein Video, was du für ein dreckiger Render-Killer bist. Was hast du eigentlich für die letzten Parts bekommen, Sidalu? An Kommis. Keine Ahnung, dass der Dead Ring ganz so OP ist, aber es liegt ja daran, dass sie den bei mir gesehen haben. Dass ich nerve, weil ich Grant gilt. Und das alle nervt, ja. Weißt du, mach einen Fehler, ne? Dann wirst du gleich nicht mehr. Also, Grant ist tot, der andere Traitor muss sich also gerecht... Moment, wo ist die Leiche von Vita? Vita lebt ja gleich, Leute. Okay, dann ist es doch nicht gut. Nein, nein, Vita ist tot. Ich habe die Leiche. Boah, schön. Die P90 ist drin. Ich bringe ihn ins Wasser. Boah, hast du denn die P90? Ja, in der Preparing-Phase. In der Detective-Shop. Ah, P90 ist zu. Hallo, ist die P90 neu für den Detective? Irgendeine Waffe geht nicht und die P90 ist schon immer dabei. Echt? Wo seid ihr denn alle? Guckt so selten in den Detective-Shop. Ich auch. Wo seid ihr denn? Die verrückten Hühner. Oh, was bist du denn? Warum fragst du das? Möchtest du uns etwa umbringen? Okay, okay, okay. Oh, oh, wie toll. Schön, dass wir es aufgenommen haben. Wo ist denn Vita? Hallo, lass mich mal hier raus. Warte mal kurz, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Das ist ein übelstes Ära-Zeichen. Das ist ein übelstes Ära-Zeichen. Wow. Good Gaming. Good Gaming. Good Gaming. Das war aber gut. Das stand's einfach. Verdammt. Dead Ringer? Ja, Moment, nein, nein, nein. Da ist kein Dead Ringer mehr möglich gewesen. Da war doch kein Dead Ringer. Ich hab ihn gehört. Ich war gar nicht hier. Ja, wenn ihr... Good Gaming hat ja einen Dead Ringer gehabt. Good Gaming ist tot. Der ist tot. Nein, Good Gaming ist nicht tot. Natürlich. Der hat den Dead Ringer doch gewonnen. Das Fenster gefallen. Brauch ich ficken? Bin Detective, ja. Der unten nicht ganz. Good Gaming ist immer noch. Good Gaming ist der andere, ja, ja. Der soll nicht, der soll nicht confirm, deswegen. Okay. Der muss sein Design. Ich hab auch kein Radar mehr, das ist das Problem. Weil ich halt nicht wiederbekommen habe. Wir laufen gar nicht um den Turm, das bringt's voll. Erst du Sniper rausholen, dann zack, zack, zack. Nein, ich hab Schüsse. Nefias. Alle leben von uns vier noch. Wer schießt hier? Wer schießt da? Icke. Da, 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 da. Hinten. Hinten kam was. Unten irgendwo. Da hinten. Hinten. Hinterm Haus. Du laufst alle im Gänsemasch da unten. Die Satellate passt auf. Dead Ringer wieder. Hab ihn nochmal angeschossen. Er lebt noch. Da, 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 da rein. Hier ist er irgendwo unsichtbar. Hörter. Achso. Ey, dank, dank, ey. Ich bin fast tot. Ja, ich hab auch nicht auf dich geschossen, sondern auf den Typen mit dem Dead Ringer. Achso. Da, hinter dem Stein ist er aktiviert worden. Ja, da hinten. Wieder. Jetzt haben wir ihn. Ja, schön. Das ist was du das Beste. Ballest du mich noch fast ab, ey. Achso. Ey. Was? Hä? Ich dachte so, boah geil, die f***ten sich jetzt gegenseitig ab. Wir waren kurz davor. Nein, du warst kurz davor. Kein anderer hat geschossen. Lass mir den Diegel. Horchi. Nein. Boah, der gibt es einen Diegel. Da hab ich mir das mit Anne so ganz recht gelegt. Wie hab ich da gelegt? Ja, das hast du doch gesehen, oder? Du hast es nur mit dir nicht verkneifen können, trotzdem zu tun. Ich hab's verloren, schade. Ich hab ne neue gefunden. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich hab auch noch eine gefunden. Ich hab auch noch eine gefunden. Ich hab aber auf der Map extra ganz viele Diegels platziert. Ich hab jetzt versteckt in ganz vielen Ecken. Oh, ey. Grants, was ist mit dir passiert? Ich bin dann die Klippe einfach runtergesprungen. Ich hab da nicht leben, ey. Kann damit nicht leben. Ich wollte ihn ja echt nicht töten, ne? Vita redet auch nicht mehr. Vita redet auch nicht mehr. Ja, ich glaub, er ist komplett. Vita schmiert gerade. Schon wieder tot. Obwohl ich diesen Küsschen-Smiley geschickt hab. Für die beste Augenlauf, Vita, glaub ich. Vita, ich glaub, der ist AFK, oder? Nee, nee. Vita? Vita ist einfach nur angepürst. Vita, rede mit uns. Ich bin hier, ich such grad Grants. Ich konnte auch. Vita, ich hab mich alles tötet. WAAAH! Oh, ich... Oh, ich mach... Ich mach MacManus, ich schieß da rauf nächstes Mal auf ne Bitz! Ist auch, Grillparty. Geh da nicht rein? Nee, Fias! Ja, ich hab doch gesagt, Grillparty geht da nicht rein. Bist du sicher, dass du ihn noch bist? MacManus könnte Traitor sein. Nein, ich beobachte nur, ob den Detective auch niemand verletzt. Achso. Ich hab mich eingesperrt, Vita. Ich hab mich eingesperrt, Vita. krass eine leiche ja es wurde gerade eine fake leiche sein passt auf wo er wurde geschossen kann nicht sein vom fahrstuhl runter geschossen und gaming hat den dead ringer er ist runtergefallen vom zoom das kann nicht sein obwohl er könnte sich selbst in die schaden zufüllen und seine leiche runter werfen jeder wälzer konfirmt hat hier gerade jemand hinter dir geschossen ich habe gerade aufgeschossen vertraut mich die sonne auf der auf der mensch ist so hell ich habe ich habe da ein paar im visier ach du bist die checkte ich habe ein paar wie sie hier alle schenken auch wenn es jetzt bist ich war aber alles macht Traitor Wer macht Traitor? Ich mag Anni nicht mehr Ey wer hat hier noch nicht gezielt? Manni Manni Mannus Manni Oh da kam ne Granate von drin Oh! Grenz Jetzt wieder das Mausrad hört ihr das auch? Ich war das nicht Sondern? Weiß ich nicht Wo denn? Draußen da oder was? Oh Gott, auch draußen da Genau, mit meinem Gesicht Ey mir wird's ganz schön nicht von diesem blöden Turm hochlaufen hier Geh doch nicht hoch Woll ich nicht erst Vita! Ok Vita save Der hätte mich jetzt... Wer ruft hier den Aufzug? Ich? Ich fahr mit dem Aufzug Anne lebt wieder Alle lebt wieder, alle ist tot Und Anno Das war kurz Das war kurz Ja aber wer war denn da jetzt in der Nähe? Wo war's denn? Wo war's denn? Wo war's denn? Ich? Ja genau Ja Ok, er ist es Was? Weil Anne lag im Turm Achso okay An den Haaren herbeigezogen ist das Ich möchte meinen Anwalt sprechen Ja ich kann nur sagen Ja ich kann nur sagen, dass Nefias es definitiv nicht war Und Vita auch wird sagen, es ist McManus Ich hab sie erschossen Nein Ja ich hab Anne ja auch schon erschossen Also wer McManus sagt ist... Also ich hab hier die... Ich bin Illu McManus Mal so ne Frage, wo ist denn die Leiche jetzt hin? Ja das ist die kurze Pressfrage Vorhin gegen Anne gekämpft hat Manus Ne geht ja nicht, er kann nur einen Defi kaufen Mach einfach Kino 5 draus Eine, 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 eine Manus ist bei mir und Vita ist bei mir Ja aber Nefias ist es nicht, daher Nefias und Vita sind bei mir und ich bin definitiv Hello Good Gaming ist tot, wissen wir das schon? Ich bin definitiv Hello Ich hatte andere Probleme, ich musste meine Sicherheitstechnik anbringen Das kannst du hier bei der Leiche von Anne eine Kamera anbringen Vorsicht So ne Sachen können Leute töten da Hallo Wie ich komm nicht hier Was ist eigentlich die Dias? Ich hab vorhin Anne erschossen einmal Ich hab... meine Kamera hab ich im Blick Sicher? Ich hab auch... wo ist die Kamera? Die... Anne von der Treppe Die Leiche hochgeschwittert bin Wer ist das eigentlich hier? Ach Anne Hinter dir jetzt dre ich um Warum hältst du sie? Siehst du sie? Weil ich nicht will, dass Nightshade sie wiederbelebt Ach da Aha Nightshade Ich bin's doch gar nicht Ich nehm Anne mal mit, ich bin der Zeit Damit ich schön sehen kann, was unter mir abgeht Und... Ach da Lu Ich bring Anne mal raus, damit sie in den Turm liegt Aber du... siehst du auf welcher Name das ist? Nightshade Wirst du auch mit Hör auf auf mich zu ziehen Horchi ist auch noch fragwürdig Was ist eigentlich mit Vita? Du Was denn? Vita ist von Grund auf verdächtig Ey hier wird schon wieder Annes Leiche geständet Ich hab Anne erschossen Ja ich will sie grad ins Feuer werfen Strange Von der Leiter weg Tu sie doch in die Säure Bei Leichen 3 Sekunden jeweils Oh Gott Oder wer Das ist doch ein Ofen Da kann man sie doch reinlegen Tu sie hier in die Säure Ne Grant ist ja auch safe Tu sie hier in die Säure Also hier rein Na Nightshade Willst du auf die letzten Sekunden noch was machen? Hm Ich bin's ja gar nicht So Möchtest du was machen? Du siehst mir sehr verdächtig aus Ich hab den Traitor erschossen Na ja das ist Alibi Naja Weiß nicht Du meinst du nicht die Punkte für den Defi aus? Tönt sie dann an und nochmal so Ich bin safe Das war ein ziemlich genialer Plan meiner Meinung nach Könnte ich mir gut vorstellen Also ich hab irgendwie das Ich weiß auch nicht MacManus Oh Gott MacManus kommt hinter mir Er ist es doch oder? Ja genau Boah Einfach mal aus Schreck mich doch nicht so MacManus das war altig Ich bin inno Ich Dann hast du Zeit Dann ist okay Ich lass mir Zeit Ja ich wusste es Was? Nein Shane Oh weißt du Ich musste was machen Erstens will ich kein Traitor mehr sein Zweitens hab ich dreimal mit der Schotter getroffen Und du bist trotzdem nicht gestorben Ich hab noch 12 HP gehabt Also es war knapp Die Kameras sind echt geil Wurde ich wieder belebt Und dann kam direkt einer um die Ecke Und ich war dann ein Traitor-Menü Um mich wieder auszurüsten Ich hab's gerade gesehen Dann dachte ich erst so Ich will kein Traitor mehr sein War Anne nicht War Anne nicht tot? Dann drehe ich mich mit der Waffe so in Ruhe zu Zu mir guckt mich an Ja die war 20 Ich bin oben auf dem Leuchtturm Drehe mich so hinter mich Und dann Vita so Na? Ist ruhm Gruselig Oh nein die Mac10 Kameras sind saugeil Aber in anderen Maps besser zu gebrauchen Als hier Ja ja So keiner im Haus Keiner neben Haus Ich spreng die Fässer Au! Ich hab gar nichts gemacht Gibt's noch Dalu? Dalu is confirmed dead Was? Na ja die Fässer sind noch hier Seht ihr ja Ist einer drin oder nicht? Jetzt sind Leuchtturm Und hinter mir ist Zutgänning Ich komm da raus für euch Und Warum schießt du? Achso Au! Was war das denn? Wir hätten die Granaten geworfen Was denn? Was passiert da? Dalu wieder Dalu ist hier grad hochgelaufen Endlich bin ich noch wieder in den Fucking leider ey Da hab ich ihn guckt bei mir Ohloi Hier wird geschlossen Und Nephias ist hier oben Ich mein Dalu ist hier gerade hochgegangen Und hier ist er runtergekommen Ha! Wer hat sich teleportiert? Ich bin hier wieder Induo Same old story Nephias erzählt so nen Kack Ich bin unten im Leuchtturm Du bist hochgegangen Ja und wie soll ich dann runtergekommen sein? Teleporter Fahrstuhl Man weiß es nicht Fallschirm Von oben runter gesprungen Fallschirm Fallschirm Das ist ja auch ein geiles Item Fallschirm Das ist ja immer richtig cool Der fällt ja auch gar nicht auf Wenn der Trailer dann da runter sieht Ja eben Das ist total geil Und dann mit der Jallerbombe War was? War was? Alter Grant warst du doch schon wieder? Nein! Das ist Dalu Das ist Dalu Wer ist denn Deck Ringer angegangen Anne? Ich hab meine Lektion gehofft Anne! Anne! Anne ist Trader Dann wie doch Was ist das hier fürn Rauch? Was ist das hier fürn Weißer? Ich weiß es nicht Ja das ist der Deck Ringer Rauch Von wem denn? Der Deck Ringer Rauch Ey Vita verfolg mich Anne ist Trader Also wenn ich tot bin war es Dalu Anne ist tot Wieso hast du auch nicht den gesehen den den Ringer aktiviert hat? Ich hab gesehen dass da Rauch war aber ich wusste nicht nur das kam Ja Ja Trader Ich mach schon die ganze Zeit hinterher jetzt Ich willst jetzt ein ganzes Boot nach mir werfen Reicht's jetzt langsam Das gibt's ja wohl nicht Nightshade Ja Dalu hat probiert mich tot zu werfen Wack 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 Was ist so ruhig? Alter Dalu Schlecht lang geschossen Vita schießt Vita schießt Ja natürlich Ja Dalu du bespeist wir alle mit den Fässern Nightshade Nightshade Wieso confirm confirm ist du nicht? Achso warte kann ich machen Mit E einfach nur Nein den der Dringer nehme ich immer Dalu Arsch Nein Eigentlich schon Blöde Leiter Aufsache sich selbst identifizieren Ich glaube Horchi kann es nicht sein Er hat Horchi identifiziert Ja ja das war eigentlich der Plan gewesen Hat auch wirklich geklappt Danke Anne Du bist nett von dir Super toll Ich weiß Gern geschehen Du machst dich halt irgendwie unsympathisch Weißt du das Oh Gott wer war das denn? Du zackst mir ja genau in die Fresse Es tut mir so leid Ich hab gepanikt Aber warum verrätst du mich Anne? Nein ich bin kein Traitor Mann komm ich nicht noch zum Traitor in den Runden wo ich auch endlich mal kein Traitor bin Wo ist denn Horchi? Weiß ich nicht er hat nur noch 37 Sekunden Zeit Und wenn ich tot bin war es McManus Alter ok Ja du hast nicht gerade mit der Papi Ja ich weiß aber Ich hab leider nicht gesehen wer es noch war Ups Gerns kannst du mir verraten wie du gerade getroffen hast? Ähm weil links vom Leuchtturm war Horchi Achso ja Horchi fand's gut Ich fand's gut Tut mir leid Gerns Ich hab gerade den Fuss auf dich abgesehen Horschung guck Horschung guck Fricht mich? Ah ich bin angeschossen Ah scheiße Hui Fuck Herr Grabelow rettet mich Boah Das ist einer gestorben Boah epic ey Wer liegt denn hier? Mannes Ey ey Nefias geh mal kurz da rein und identifizier mal die Leiche Ich glaube ich hab Horchi grad hier durch dieses kleine Fenster gekippt Geht ja nicht ganz so gut ne? Geht's mir lebt noch? Ja keine Ahnung warte ich muss mir jetzt mal hier ein Überblick verschaffen und sagen Sag ich jetzt nicht Wäre unkür Problem ist ich hab halt auch keine Ahnung mit wem ich es jetzt hier noch so alles zu tun habe Heißt Gott Okay Fuck Können wir loslegen So wer ist der Nächste? Na gut dann gewinnen wir halt mit Zeit Ich mits noch im Arschste Erstmal überblick verschaffen Aber wer soll denn Wie Ich hab so keine Ahnung Ist Horch kein Flick jetzt immer noch am Leben oder habe ich ihn gerade getötet oder Habe ich grad nen InnoSynth getötet? Ach da unten Komm noch mal. GG. Hey Girls, du erzählst ihm da deine Story und er schießt und schießt. Ich hab das echt nicht gesehen, dass er geschissen hat. Das war so geil, der kommt raus. Hey, hör mal, tust du mir einen Gefallen? Schuss. Kannst du mal da reingehen? Schuss. Vielleicht nicht den Weg ziehen. Niblias, geh mal da rein. Nein? Oh, das war so gut. Aber der Schuss, ey. Komm erst mal nach dem ersten Schuss direkt. Hi, kannst du mal bitte zweiter Schuss da reingehen? Aber das war Good Gaming. Ich hab so gehofft, dass er sich in den Tod stürzt. Ja, ich auch. Warum hat der fest nicht funktioniert? Ich hab auf den Boden geschossen. Ich hatte nur noch ne Diegel. Ich hatte nur noch ne Diegel, ey. Der hat auch nix besseres gehabt. Aber heute hast du weggesnipert, ey. Ja, da wieder Inno. Vor allem hab ich Good Gaming vorher schon abgeschossen. Und er hat nix gehofft. Wie mir keiner vertraut, obwohl ich sogar den Innocent Check gemacht hab. Good Gaming steht oben auf dem Turm und sagt, oh, ich wurde angeschossen. Sieht nicht von wo. Ah. Vita Wolf. Nein, Shade, gib mir ein Schild. Hallo Vita Wolf. Hallo Vita Wolf. Wer ist hier verfolgt? Schade. Pass auf da, du tötest einen Terroristen, äh, einen Traitor und dafür kriegst du den Schild. Kannst sagen. Nicht den Terroristen töten. Das ist völlig random. Wenn du dich tötet, weißt du Bescheid. Wo? Wo? Da sind schon mal welche gestorben. Manus, Manus, McManus war das glaub ich. Was? Ich stand doch neben mir. Was? Ich stand noch neben mir und ich bin in Luft geflogen. Ach, ich schieß hier gerade auf die Viecher, die da rauskommen. Ich stand mittendrin, ich hatte übeles Glück, dass ich jetzt nicht gestorben bin. Ich bin fast gestorben. Headcrab Launcher, dann war es da, Alu. Boah, schön, guck, warum bist du da, Alu? Nee, Alu kann's nicht gewissen sein, der war hier bei mir. Wegen dem Headcrab Launcher. Du hast mich beschuldigt, danke. Jetzt hab ich eingeschlafen, hab ich ja verdächtigt, ich verdächtigt. Schatz, ey. Ich bin alleine auf einem Turm mit dein Verrück. Die Scheibe hilft dir nicht, ne? Im Kopfschuss töte ich dich trotzdem. Ja? Echt? Ja, soll ich's testen? Du läufst aber auch immer zu dem Haus, wenn ich hier hin will. Ah, ne? Ja? Okay. Schieß halt mal durch das Glas. Detektiv, das gehört, ich soll sie abschießen. Sie hat ein Selbstmordhelfe geholt. Oh, ey! Bei Hilfe zum Selbstmord ist auch... Da oben wird ihr werfen, Schatz, Vita. Was denn? Du hast hier grad... Warte, wenn ich jetzt schnell bist, ist es Vita, Leute. Die beobachten euch ja, ist okay. Ihr weg von den jungen Night Raid. Manus ist ja auf einmal der Rot. Der Traitor kann hier einen Knopf drücken, dann wirst du vom Turm gezogen. Äh, los mit Manus tos. Vita oder Grenz. Nein, der ist von da oben runtergefallen. Vita und ich waren hier unten. Oh nein, aber nicht wegen dem Disc. Moment, Moment, stopp, stopp. Wegen der Disco, die ich im Haus auf dem Boden hatte. Nein, Shane, der Turm schitt kacke. Kannst du nochmal hochkommen? Vita oder Grenz. Was? Hast du den Tower hier gesetzt? Ja. Ja, der guckt in die höchste Richtung. Moment, Grenz. Der ist von oben runtergefallen. Da oben steht euch und guckt und ist low. Nee, kann man nicht. Dann haben die sich doch gebettelt und er den runtergeschossen. Nein, ich wurde von Headcraft angriffen. Ich kann es nicht gewesen sein. Geht nicht. Der Schrader wird auch, eben. Ach toll, ich wollte dich. Ah, ne? Ja? Also ich tipp hier nochmal ganz schwer auf Horst. Hey, nein, Shane, pass auf, ich bin gleich tot. Weil sie hat einen Shotgun. Was? Das heißt, ich schieße direkt in den Rücken. Ich versuche mal den Turm da weg zu machen. Da ist Horst. Geh weg, Anne. Geh weg vom Fenster. Ich will keinen random kill hier. Ja, 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 ja. Ah, ne, der Turm steht bombenfest. Vorsicht, ey. Anne ist über den Traitor. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube auch, dass Anne Traitor ist. Ja, lass mich mal durchgehen. Hallo, ja, dann geht doch hier vorbei. Ey, hier springt über mich. Keine Ahnung. Wir haben aber noch gar keinen Traitor. Das heißt, wir waren auf den anderen. Ey, Anne verfolgt mich. Anne ist es doch auch. Ich will ein Autogramm. Hä, weißt du das? Evita Wolf, sag mal was. Was ist denn mit Horchi? Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Guck mich an. Oh Gott. Komm ich hier irgendwie rein? Ne. Ich habe jetzt ein gleiches Problem. Spring. Nein. Ja klar. Oh, das konnte klappen. Das konnte echt klappen. Hilfe. Okay. Oh, wie sei es runtergefallen. Horchi ist in seinen Tod gesprungen. Er hat es freiwillig gemacht. Ja, okay. Ich dachte, ich habe angefangen, ob er da nun getötet hat. Ne, ne. Er ist freiwillig gesprungen. Sein Leben hatte keinen Sinn mehr. Wer wird angeschossen? Leute, ich werde bis dahin, aber ich kann nicht genau sagen von wo. Ich fahr Fahrstuhl. Ich bin safe. Och komm, von wo? End, ich habe ihn gleich. Habe ihn. Nein, habe ihn nicht. Good Gaming is Traitor. Ist mit dem Enterhaken hinten auf die Insel hochgegangen. McManus wurde übrigens gesnipert. Der ist nicht runtergefallen. Good Gaming ist der andere. Wenn wir den einen haben. Ich bin... Good Gaming... Good Gaming is confirmed, aber er lebt noch. Oh! Grenz! Grenz ist es! Warum da rum? Verdammig! Warum schießt du denn? Ey! Warum hast du Dino-Cut? Yay! Deswegen! Grenz, du Arsch! War ich Traitor. Wer hat dich von den Felsen gesnipert? Oh Mann! Wie soll ich das denn noch sagen? Gaming hat Vita getebackt. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte ja Vita dann beschuldigen. Ich dachte echt, warst auch du Grenz gewesen, oder? Von unten runtergeschrieben. Nee, nee, das war Good Gaming. Good Gaming hat's gut auf dem Tum gesessen. Ich hab... Achso. Ja. Aber ich krieg ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich wär mal ne Disco gewesen. Man muss nochmal was weg. Was? Headcrop Launch heißt böse. Den merkst du vorher gar nicht, bis er aufschlägt. Ja. Aber du hörst dieses Piepen vorher. Also wenn der aktiviert wird. Du musst einfach wegrennen dann. Weiß noch nicht wohin. Ja, aber du wirst ja wohl... Du gehst ja davon aus, dass er ihn irgendwo hinsetzt, wo einer steht. Wenn ich jetzt sterb, ist es wie... Wenn ich jetzt sterb, ist es wie... Okay, alle... PENG! PENG, tot. Grants ist schonmal tot. Wer ist der Nächste? Alles Traitor. Ich bin wieder innocent geworden. Was? Ja, okay. Ja, Steve's Legend. Ist irgendwer im Haus? Ja. Keiner? Fässer. 3, 2, 1... Aua! Was war das? Das muss ich mal langsamer machen. Die Fässer. Das war ein Wortanschlag. Das war ein Wortanschlag. Wortanschlag! Aber du hast nicht gefragt nach außen. Nein. Ich hab nix bekommen. Horchi ist übrigens schon angeschlagen. Wow. Das war halt nicht. Headcrop. Alter. Die war knapp. Du hast noch eine Headcrop? Good game. Da hinten, da hinten, da hinten. Pass auf! Hinter dir! Headcrop schießen! Aua! Nicht auf mich! Ja, die... Die haben geschossen. Headcrop. Scheiße! Oh, der war gut. Wie oft muss man die denn kaputt schießen, ey? Einmal... Die halten aber ganz schön was draus. Die haben schon mehrmals Blut gespielt. Ne, du musst die mehrmals treffen, je nach Waffe. Aber mit der Diegel einmal. Ja, der Diegel. Alle Waffen, die schwächer sind als die Diegel sind, sind keine Waffen. Oh nein, hier ist jemand in seinen Ton. Einer wurde von der Headcrop den Berg runter geschossen. Ne! Ja, das war ich. Aua! Das hat weh. Nochmal Headcrabs. Au! Wo denn? Mach die Headcrabs nicht mehr! Scheiße! Die werden mich töten, ey! Wer lebt denn? Ich lebe noch. 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 Was kosten die denn die Headcrabs? Punktemäßig. 3? Ich schieße nur auf die Headcrabs. Boah, ich was? Worauf siehst du? Auf die Headcrabs? Wer schießt denn? Wer schießt denn? Ist jetzt irgendjemand frei? Hat einer mal versucht, von irgendwo ins Wasser zu springen? Ob das überlebt? Ich weiß nicht, ich kann sein, dass ich tot bin. Mach ruhig, mach ruhig. Also Nightshade hat eben auf mich geschossen, während die Headcrabs waren. What the fuck? Ich hab auf die Headcrabs geschossen und nicht auf dich. Nein, ich hab aber nur noch 63 jetzt. Ja, ich hab noch 68. Mein Gott. Drecks Headcrabs, Mann. Ich werde angeschossen wieder. Da oben wird geschossen, wer schießt? Auf euch? Ach, noch mehr Headcrabs. Oh Gott. Mein Gott, ey. Die sind so scheiße, die Ticher. Es ist nach der Elz. Keine Munde nicht mehr. Irgendwer Sniper an. Vita Wolf versteckt sich unterm Haus. Scheiße, dass ich nicht hochgeben kann. Ey, sag doch, ist das doch nicht, Mann. Ja, ja, Vita Wolf. Ich hab die ganze Zeit gewartet, ob irgendeiner da unten ausrastet. Ich bin wieder hier oben in der Snipe-Position. Ich bleib hier erstmal. Ich will diese Headcrabs ins Labor. Wo wird denn hier geschossen, Dalu? Ich schieß die Headcrabs ins Labor. Ach so. Ich bin bei der Snipe-Position wieder hier. Dalu schießt. Ach so, Dalu schießt. Ja, glaub ich Dalu. Dalu darf. Dalu darf alles. Dalu darf alles. Sag doch sowas nicht. Dalu ist Detective. Er darf immer alles. Jetzt kommt ihr later, Party. All random. Nichts geht mehr. Er macht so oder so auch, wenn es nicht erlaubst. Wow. Oh Gott. Seiner tot. Haben wir gewonnen? Wir auf dem Dach, du Spach. Da kommen jetzt aber keine mehr raus, oder? Ich hasse dich. Du musst diese Headcrabs-Dinger genau vor den Eingang setzen, dass du aus dem Leuchtturm nicht mehr rauskommst. Also ich glaube einer ist Anne. Ja, ich glaube, Vita war es auch. Nightshade und Anne. Anne, was? Warum bin ich denn? Oh, Anne. Vita bist du im Shop? Wenn du hier flüstest, wird man das. Wow, Anne. Ich schieße. Vita ist die ganze Zeit im Shop, glaube ich. Oder heu ich die. Ich schieße Vita. Bewegt dich. Nein, Trade ist es, Leute! Nein, Trade! Stopp! Stopp! Ich hab ihn gesehen! Er war inno. Ich hab McManus getötet. Nein, hast du ne Waffe für mich? Ja, warte. Al, das ist gut. Vita? Vita ist auf K. Komm, hast du ihn schon konfirmt, oder was? Bitte? Ich sag dir an der Zeit zu den Vita, seht ihr euch schießt und du machst einfach nichts. Ich hätte echt losschießen können, einfach. Wir haben ein Traitor übrigens schon. Und wie war's? McManus. Siehst du? Oh, siehst du was anderes? Die vier sind schon tot. Ich hab keinen Plan. Ich check hier grad nicht durch. Da bist du's. Was? So, wenn ich keinen Durchblick mehr hab? Ja. Alles klar. Man kann das sein, dass du hier gerade McManus wiederbeleben willst. Ist es noch Dalu? Der bittet McManus wieder. Dalu? Dalu? Was machst du damit? Du wolltest hier gerade einen wiederbeleben, hab ich recht? Ich hab mir Waffen geholt. Nightshade ist es, glaub ich. Nein, das ist nicht. Das ist ein Dalu tot. Mal gucken, wenn's Nightshade ist, dann bin ich jetzt gleich tot. Okay. Schieß mal auf ihn. Ey, ey, ey. Mach hier keinen Scheiß. Oder ist es da oben? Ich hab nur noch 68. Ne, ich bin's nicht. Ich wurde von diesen Dingern abgegriffen von den Headshade. Das sagen sie alle. Ich bin's nicht. Ich hab irgendwie Nightshade, glaub ich, gehört. Vorhin. Und Dalu? Oh, ist eigentlich in Wasser gesprungen. Das war mit Dalu Card. Dalu Card müsste... Und Dalu müsste man auch so sagen. Dalu, du bist Detektiv. Entweder du bist tot, oder... Was ist mit Horch? Ich bin auf dem Dach. Oh, ich bin auf dem Dach. Die ganze Zeit. Ich wurde schon angegriffen vom Traitor. Ja, ich wollte nur ein bisschen machen. Hm. User left your channel. Oh, ich hab keine Lust mehr. Wo? Nightshade bei mir? Pizza, ey. Ist Nightshade, stimmt. Nightshade! Dankeschön. Ich bin der blöden Tür hängen geblieben. Nightshade? Nein. Du dachtest übrigens, ich hätte dir wirklich vertraut, oder? Nein, ich hab's mir gedacht. Ich wusste von Anfang an, dass du's bist. Und ich hab einfach so getan, als wenn ich dir vertraue, weil ich keine Muni mehr hatte. Ich wollte eine Waffe von dir haben, damit ich dich erschießen kann. Das dachte ich mir. Deswegen hab ich dir die Pistole hingeworfen und ich dann mit der Shotgun erschossen. Ja, deswegen muss ich noch mal runter rennen und nach einer anderen Waffe suchen, weil es hätte nicht gereicht. Aua. Ja, booste mich, Grenz, booste mich. Aber alle Toten haben meine Taktik nicht verstanden. Nee. Ich auch nicht. So, Benni auch nicht. Wird ja fast klappen können, dann wär's noch mal richtig geil gewesen, mit dich mit deiner Waffe erschossen. Ja, das wär schön. Ha. Hm. 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 Anne ist es. Anne ist es, Anne ist es. Anne ist es. Ja, hier ist ein explosives Fass im Tor. Ist die einfache Schlussfolger, wenn ich immer bin. Alter, wolltest du? Das ist jetzt. Es könnte da alles sein, Leute. Sie müssten eigentlich gar nicht mehr sein für den Resten. Ich habe hier ne Falle aufgebaut, ey. Ja, aber ich konnte sie leider nicht zünden, weil ich Indo bin. Alter! Den markier ich mir schon mal vor, ey. Auf dem Skate. So, wen haben wir denn hier? Good Gaming. Ich kann nicht aussprechen, die Typen da halt. Weg, Manus, so. Was ist denn mit mir? Ich kann dich nicht aussprechen. Der Traitor kann den Zaun da wegmachen. Okay. Vorsicht, Vorsicht, Nefias, da ist gefasst. Aber er sagt, den Good Gaming weiß das, und muss ja keine Angst haben, weil er selber Traitor ist. Genau, ja. Das ist ne Möglichkeit. Oh, dann soll ich das Ganze draufschießen. Gens, mach das sowas nicht. Ja, ey, das lag hier unten heute. Gens, drück ich hätte voll gerne aufgeschossen, ohne Mist. Wer hat hier ne Falle gelegt? Auch wenn ich hier nur will, hätte ich aufgeschossen. Nein, ich hab das weggetan, ey. Gens hat hier ne Falle aufgebaut. Und wann wurde geschossen? Was für ne Falle? Gens, der Traitor-Lot. Ja, Traitor-Lot, könnt ihr mich auch nennen. Alle beiden raus. Traitor-Lot. Trenz, hallo? Ich wohne hier. Dann geh ich halt wieder. Dann wohnst du hier, dann wohne ich jetzt hier. Einfacher Logik. Einer ist Mechanos. Ja klar, genau. Wo hat da was explodiert? Treib mal nacheinander vor allem. Oh nein, ey. Oh, Head-Rabs. Wer hat jetzt wieder den... Da ist einer dran gestorben. Der ist direkt am Einschlag von der Drohne. Ja, das ist das Ziel davon, oder nicht? Dachte ich immer. Oh, da kann ich mal identifizieren. Wer war der arme Teufel? Der arme Teufel. Dann wär's nicht weiter gewesen. Das war doch voll die Tür, da hat jemand Dalo's... Er hat sich einfach selbst... Ah ne, er ist industriell. Dalo hat letzte Runde noch gesagt, das wär voll die gute Idee. So wär's jetzt umgesetzt? Ja, Dalo. Ja, wahrscheinlich er. Ja, dann hätte ich aber mehr Leute mitgenommen. Ja, sagt! Granz ist der andere. Also ich mein erst mal, der eine ist Mac Manus, ne? Ja, ja. Nein, nein, neben Mac Manus. Weil Mac Manus ist für mich schon confirmed. Ja. Na dann Feuer frei. Also wenn ich tot bin, dann holt euch Mac Manus. Welch vage Behauptung. Ne, welch wahre Behauptung. Welch wahre. Dann braucht der Trader jetzt nur noch Dalo zu töten, dann hat er schon mal Mac Manus weg. Detective, darf ich Dalo ausschießen? Detective, ja, töte mal Dalo. Nein, so gelb ist ne heilige. Ich wär jetzt ne heilige nach Dalo. Da kommt die. Das ist ne heilige. Okay. Vita, ich drehe dir jetzt den Rücken zu. Und ich vertraue dir. Nephias ist der andere. Warum? Ich hab nichts gemacht. Fallgelös. Wappen sammeln. Schon haben wir gewonnen. Er schießt die beiden jetzt mal, aber dann ist gut. Also erst Dalo, ja? Erst Dalo erschießt. Dalo fährt dann auf dem Tor. Und danach Mac Manus und Nephias. Also wir können doch so machen, wir erschießen Dalo und dann erschießen wir Nephias und dann... Ey, was Dalo ist gelöst? Das schießt um mich. Wir stellen einfach alle nebeneinander auf. Wir bilden einen Kreis. Hier, Nigel versucht hinter Good Gaming herzutradern. Wo ist Dalo eigentlich? Ich glaube aber nicht, dass es Good Gaming ist. Dalo ist aufgefahren. Ja, er ist vorhin auf den Turm hochgefahren. Und läuft jetzt wahrscheinlich mit der Treppe wieder runter. Und gleich rumst es hier unten, wenn wir alle aufeinander stehen. Ja. Können wir gar nicht so ein Recht haben. Immer rauf, Anne. Ja, ja. Ich bin einfach stehen geblieben, ey. Was war das denn? Einer ist runtergefallen, einer ist tot. Wo, wer schießt denn? Nephias, Nephias! Klar ist du das. Geh mal da unten dich zum Identifizieren. Ey, aber da bist du ja auch fast ein bisschen kleiner. Natürlich hast du das gemacht. Ja, ja. Jeder hat's gesehen. Alle hat's gesehen. Ah, Vita, du standst aber grad vernächtig hinter mir mit der Pumpgun in meinem Rücken. Ja, schon die ganze Zeit. Ja, ja. Warum drückst du dich ab, wenn ich der Trader bin? Oder bist du's? Ich habe keinen Beweis, nur weil er sagt, du bist es. Reicht mir nicht. Ich hab grad wieder meine Künste bewiesen. Hm. Ja, aber... Grenz steht da hinten und zieht auf uns. Was ist denn mit Grenz eigentlich? Der steht da hinten und zieht. Ich bin hier. Ja, du ziehst doch uns alle. Ja, klar. Ich würde sie am Auge behalten. Guck mal, wer da hinten noch auf euch zieht. Der Detective. Oh, ja. Ich hab sogar einen DNA-Scanner. Okay, McManus verfolgt mich. Ja, ich will gucken, was du machst hier unten. Da kam grad irgendwas runter vom Himmel. Also wenn ich sterbe, ist es grenzt. Wenn du stirbst, ist die Wunde vorbei. Ja, dann. Na dann, auf geht's. Habt ihr nicht mehr viel Zeit? Aber ich bin's nicht, da, Lu, ist es. Weil der verdächtigt mich einfach ohne jeglichen Beweis. Vor allen Dingen, wo ist Dalu? Hier. Wo ist hier? Ja, wo ist hier? Im Haus. Also im Leuchtturm unten drin. Wir kommen da rein. Wir kommen da rein. Wir kommen da rein. Der hier durch die Tür. Da drin wird geschossen. Wer schießt da drin? Ja. Dalu schießt rum. Ja, aber eh nur. Okay. Wer hat Dalu... Nightshade hat Dalu erschossen, oder? Nein, Vita-Wolf. Vita-Wolf? Du hast Dater-Wolf. Ja, ich war's. Ja, der war da drüben mit Anne und hat auf einmal angefangen rumzuballern. Da habe ich ihn erschossen. Na, ich weiß nicht. Vielleicht hat der ja den Dead Ringer wieder. Nee. Na? Wer, weißt du das? Ich hoffe für dich, dass du entschuldig hast. Weil du kein Geräusch gehört hast. Stimmt. Ja, Detective, was machen wir jetzt? Schieß mal Vita-Wolf. Wieso? Die Zeit läuft doch eh gleich ab. Aber Grenz ist mit Sicherheit auch einer. Grenz ist die ganze Zeit schon weg. Ich bin tot. Er schleicht hier irgendwo. Ach, Grenz ist tot. Nee, dann würdest du nicht sagen. Was soll ich sagen? Nee, Grenz ist gar nicht tot. Alles klar. Ja. Ja, du bist verarscht. Ich lebe gerade Nephias wieder, Leute. Ja, ja. Irgend so was. Ach, der bestimmt wirklich noch... Ey, Nephias lebt weg! Nephias lebt weg! Wie das? Nein, ernsthaft. Ja. Ich weiß, muss noch nicht, wo er erschossen wurde. Oh, Mann, ey. Okay. Das heißt, das sind... Also Grenz und Nephias sind das. Grenz und Nephias sind das. Ja. Sind die frei? Also Grenz? Und Ende. Oh! Verdammt! So ne Ranking Kill, ey. Schade. Ja, aber da... Ja, darum ging's auch nicht. Trotzdem einfach abgeschossen zu werden. Ich schieße es jeden ab, der schießt, ohne dass einer spielt. Da ist Flashbang diese Runde. Bin einfach weitergelaufen, geradeaus und dann... Ah, du bist daran gestorben? Ja, ich hab leider erst voll spät gecheckt. Wenn du die Bärenfalle hast, du den Defi nicht kaufen kannst. Oh. Selber Slot? Ja, genau. Ach, deswegen hast du so lange da unten rumgestanden. Ja, ja, genau. Ah. Genauso, wenn du den Headcrap Launch hast, kannst du auch nicht hier den Dead Ringer holen. Ja, wäre doch okay. Er schießt dich selber damit und dann kannst du weg. Man, den Headcrap Launcher kannst du eh nur einmal schießen. Weißt du ja wohl auch. Uh, bin der Tech-Til. Ach, du wieder Eno. Das ist doch langweilig. Das ist doch langweilig. Ich meine, dann kannst du den ja wegwerfen aus dem Slot. Dann kannst du den dir wieder kaufen. Können wir dich mal drei Trader machen? Ja, 15. Ist langweilig als Eno. Wow, ich wurde hier fast mit einer Disco gerade aus dem Turm katapultiert. Disco, Disco. Disco, Disco, Party, Party. Allein mit... Oh. Es war gerade, oder? So. Doch. Doch. Aber heißt der nicht. Wer ist denn hier oben schon wieder? Wer ist denn hier oben schon wieder? Aber Dalo ist ganz zufällig immer später. Ganz zufällig. Und Server. Wo wird geschossen? Gibt einer geschossen. Wo? War eine Mac-10. Oh, hier ist Feuer oben. Oben ist Feuer. Ja. Was ist da unten? Ich hab vorhin gesagt, ich hab dir mal eine Granate reingebauten. Ich hab nicht gesehen. Äh, ja. Im Leuchtturm, oder was? Ja, oben. Das ist hier unten, ja. Hier ist es weg. Und? Äh, aber hier ist keiner. Ja? Oh. Dalo, kann man dir vertrauen? Wo Anne? Woherum? Ich bin hier oben. Ist das echt Anne hier? Ja. Dalo? Warum redet Dalo nicht mehr? Dalo hat's zu tun. Wer wartet da? Ich schieße. Geh weg. 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 Wer hat hier den Leuchtturm gesprengt? Was ist das anders? Bist du das anders? Bist du das anders? Warum schießt er auf mich? Du bist verletzt. Weil du geschossen hast in dem Raum, Dalo. Ey, ich kann hier oben drücken. Ja, wiederholen wir dann auf das Fass geschossen. Ja, hier. Ich hiel rumlaufen. Ach, schieß recht. Dann hat er einfach rum geschossen. Er ist Eno. Ja, brauche ich. Trotzdem. Dalo inter... Boah. Komm schon. Komm schon. Egal was er ist, ey. Ja, interzifizieren. Eno. Dann schieß mich ruhig ab. Okay. Ich dachte, der andere würde schießen. Mach die Kiste da weg, ey. Ich hatte gerade so'n Déjà-vu-Erlebnis. Allein mit Dalo-Granaten, Dalo-Granaten. Scheiß Bebenfalle. Wo? 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 Wieso bin ich da? Komm doch, er ist gestorben. Fuck. Dalo ist gerade direkt neben mir in den Bärenfalle reingerannt. Er sagt noch, Achtung Bärenfalle. Ja, hier ist eine Rauchgranate in den Bärenfalle. Ich hab's halt echt nicht gesehen. Ich hab das letztes Mal schon nicht gesehen. Wo? 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 Wo bevor ich noch gucke, der ist es nämlich. Wer ist er denn? Der ist es. Weiß es nicht. Aber der stimmt nicht ganz krank grad hin. Wir sterben. Mach doch noch einer. Was zur Hölle. mannus lebst wirklich nicht mehr das ist natürlich jetzt schlecht dann ist es wo bist du im turn ganz oben oder wird auf dem weg sie hat mich geschossen direkt instant ich habe eine heilige geschmissen nach ihr vor sich jetzt gestorben ich habe keine ahnung wo ich bin durch den headcrab launcher der headcrab launcher sucht sich ein weg in den raum an wenn ein fenster ist kommt es immer durch ein fenster geflogen ist gesehen ich denkst du hast mich jetzt verarscht kann doch nicht sein ich würde gern wissen ob man die bärenfall überleben kann als detektiv wenn man medikit hat ja ja wenn er sich gegen halt genau hört die denn irgendwann auf das weiß ich ja nicht es kann ja auch der damage macht trotzdem schöne runde an ja war ganz cool du hast dich bemüht ich hab schon als zeugnis er ist aber nicht instant geil er ist auch nicht instant du kannst auch noch weg gehen ja alles traiter ich könnt ihr voll im kopf schießen was ich hab war was gut gaming übrigens lass mich da jetzt durchzudem ich hab nur eine mc10-schotker wie so ist mc mannus schon tot ja der ist tot ach so wie ich das detecte ich bin schade haaa ne hat sie schaden na dann muss es andere sein ey personal space letzten den er gesehen hat ist nightshade ey anne personal space ich komm aus einer anderen schaden kann aber auch eine fähig gleiche sein ne nicht wenn der innocent ist wer inno ist ach so stimmt was schlägst du jetzt vor wieder alter ey anne ist bei mir und dann ist der heilige ist heilige smoke heilige smoke weihrauch ne natürlich nicht ey hier wurde der heilige smoke wurde nach mir geschmissen aber wenn er ihn gesehen hat dass er gestorben ist und er hat nichts gesagt alter wer ist das schon wieder ja aber er hat ihn zuletzt gesehen das heißt nicht dass die sich angeguckt haben im moment des todes ja aber er hat es ja nicht gesagt nightshade dass er gestorben ist nightshade ist ich hab auch gesagt dass er gestorben ist hätte er neben gestanden hätte er auch gesehen dass er gestorben ist aber er muss ja nicht daneben gestanden haben er hat ihn als letzten gesehen richtig ich markiere dich einmal als avoid so hast du verdient ich hab auch ich hab auch zu sehen ist nightshade nightshade nein nein ich bin innocent ok 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 ach man bieter bist langweilig ich bin bisschen trigger happy ey bieter ist langweilig wo und wo wird geschossen ja das war ich warum kann man nicht markieren das ist langweilig galu spielt mit spielzeugleichen die ist echt hallo grenz hier ist horschi ja ich bin doch berühst hier hier rein pew pew hier hier rein hier ist meine wohnung ich bin letzte runde echt abgerutscht um der tastatur einfach hab geschossen du schießt mit der tastatur ne aber ich bin halt abgerutscht pro gamer leertaste 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 ach mann lenkt mich doch alle spielt mit einem lenkrad wieso liegt hier eine leite die ich nicht mit dem lenkrad spielt mit einem lenkrad anne das geht als traitor nicht das ist der detective mit der gita hier oben so anne der traitor kann den detective nicht confirm mann ist der detective nein nur mcmanus ist tot und du hast den detective umgebracht und nicht confirm also mcmanus ist ein bisschen in echtstadt anderer gesagt tot kann er aber nicht machen leute grenz ist es grenz ist 100% er hat eine erschossen von meiner nase ich wurde angeschneifert du hast gerade du hast nachgeschossen von meiner nase ich wurde angesnipert von draußen grenz mit welcher von deiner egal das hab ich genau gesehen halt die klappe du bist grenz so wie die letzten runden halt die klappe du bist grenz die leute genau geschehen die leute vom detektiv dalu cut wie sicher bist du dir dass du von draußen angesnipert wurdest 72% hp sicher anders identifizierst du ihn denn ne fährst du warst der einzige der draußen war ich bin hier im haus ja ja du warst aber eben draußen du warst vielleicht einen gewissen grenz ich kenne dich schon Vita ich möchte nochmal anmerken wenn ich tot bin du bist horchi ich bin jetzt draußen dran gut gaming ap er ist wieder auf dem sniper berg hinten ja genau ey ich schwöre ich hab grenz gesehen wie er einmal erschossen hat ich schwöre auf meinen arsch ich schwöre wenn du das gesehen hast dann bring ihn doch einfach um ja dann darf ich mich aber auch wehren ne darfst du nicht ich will ja nicht schon wieder dann so verbannt werden also ich geb die nicht frei zum abschluss aber wenn du sagst du hast es gesehen das ist keine echte leiche verdammt was ist das denn die liegt unten im keller und gehört zum Repertoire wieso lacht die im Turm die hab ich da hochgetragen ich hab leiche wurde erschossen und alles grenzweiler gut gaming läuft links hoch gut gaming läuft links hoch also entweder er wirklich tot er ist tot er wurde erschossen und ich werde angeschossen von rechts ich hab den grappling hook nicht auf mich schießen ich hab gut gaming gekillt ja ja ich hab's gesehen ich bin grad mal rum wuuu also Grenz Argument warte es gilt nicht Grenz Alter auf mich wurde ein Ding uns geschmissen ja ja klar da Grenz natürlich ich will zwei Steuererklärungen machen Grenz du bist ja freundlich heute der andere Traitor ist da fliegt da rum der andere Traitor da ist so ein Ding nach mir geschmissen worden nein da ist er Grenz hab's doch gesagt doch da du hä auf mich wurde so ein Ding geschossen auf mich wurde so ein Ding geschossen auf mich wurde so ein Ding geschossen auf mich wurde im Enterhaken Grenz ist es ne Piers guckt auf mich hier ist ein Ding wenn es nicht Grenz ist aber ich weiß nicht wie ein Archer ich hab ihn noch gesehen ey Horche verzieh dich Leute hier ist Horche bei mir ich könnte schwören das war Grenz ich hab ihn noch gesehen ich mach jetzt Smoke ich mach jetzt Batman und dann teleportier ich mich raus ich misch mich da nicht ein ich bin unschuldig ich misch mich da nicht ein also wenn wir Grenz sehen frei zum Abschuss der läuft schon die ganze Zeit wir kommen mit Zürger schon wieder viel zu lange ich wetter ist es nein da kommt es oben auf dem Turm ist jemand ich schieße nicht Grenz als wenn du schießt ich will zu Horche schön noch verraten auch wenn es zu mir ja wenn du es gleich sagst ja da oben auf dem Turm ist hier ja das bin ich dann ist es auch verraten ja das ist auch richtig so Anne ist Trader ich weiß dass es Grenz ist aber ha 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 wenn ich jetzt erschieße dann bin ich der Arsch wo ist er denn? ich erschieße ihn auch wenn du siehst da ist er am Haus er schieße auf mich er will auf mich schießen jedenfalls ich sehe dich er will auf mich schießen jedenfalls ich hab mir den Arsch gerne aufgenommen jetzt wurde endlich mal mit einer Scout geschossen er macht wie bei so ein schlechtes Gewissen der Arsch einer ist auf dem und im Leuchtturm ist er der Trader ist jetzt im Leuchtturm dann ist es Grenz der war schon wieder wir führen jetzt alle auf Grenz go hundertprozentig sicher ich bleib mir so sicher du das war die letzte Runde auf der Map bis zum nächsten Mal warte warte